Jo, ich bin hier gerade am Fußballspielen. Seht ihr hier? Da vorne steht der Krankenwagen. Ich bin gerade auf den Notarzt gekommen. Ich finde, er hat das mein Lieber nicht. Weil er gerade schon geguckt hat. Jo. Ich bin ja von SpaßbremsenTV halt, ne? Der Erfinder von SpaßbremsenTV. Gerade ist auch der Notarzt hier angekommen. Das kann ich jetzt mal so tun, als ob ich den Ball hole. Dabei zeig ich ihn jetzt mal. Da ist der. Da ist der Krankenwagen. Ja, wir sind hier auf dem Fußballplatz. Einer ist mir mit dem Fahrrad gestürzt. Jetzt ist mir bewusstlos oder sowas. Okay? Dann wünschen wir ihn jetzt gute Besserung. Okay. Vielen Dank.